weiter nach vorn, denn ich will diamanten auf der rail lehnen red nicht so laut, guck, die straße hier ist voller daulis Jugo verwickelt Geschäfte mit dem... Alter, so sterben die nicht mal! Guck mal, ich schluss, ich hab gestoppt Ich flug mehr als lieber im Black Ops, Alter Alter, ich wollte grad... Ich wollte grad zurückspringen, Mann Ja, hallo! Da ist doch einer! Ey, ich geh hier! Ich hab zu laut gelacht, Alter! This is nice! Der kommt! Nein! Fuck, du Scheiße! Jetzt kommt Scheiße! Boah, in die Granat riecht rein! Hast du das gesehen eben hier? Ja, leuchte ich noch einer! Bitte seh mich nicht! Wenn du dich nicht bewegst, machst du auch keine Geräusche! Robisch! Ich wär auch recht, Robisch! Ja, hier bei mir ist noch einer! Ich hab nicht... Ich hab nicht... Ja... 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 Ich zähl viel so in Ruf und so, ne? Schlecht... Guck mal, wie das steht! Wo ist der denn? Der ist schlecht! Ey, du schon! Ich will schon! Guck mal, wie schlecht! Das ist ein richtiger Moment! Komm! Ich komm! Scheiße! Scheiße! Nein! Guck mal, wie schlecht das ist! Ey, hieß keine Sniper? Der hat ne heavy Sniper genommen! Passt auf, ne? Ne, hab ich jetzt gebraucht, ne? Sniper, 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 Sniper! Ich hab nur ne Deagle, ne? Ey, der trinkt Minis! Mach der da, Alter! Versuch einfach Deagle, no scope! Das ist mal wert! Ja, das ist einfach! Ich hab dir 75 abgezogen! Mach dann 360-mäßig! Baut den jetzt aber nicht ein! Digga! Der ist gut, der Scheiße, man! Der schon mal... ...ah ja das ist schon mal! Das war ein guter Posi. Headshot! Schön. 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 Weil ich vorwärts Salto glaube ich mache. Was hat er? Ich mach ja vorwärts. Ich mach ihn. Scheiß, sorry. Hä? Hä? Die rechte, die größere Posi. Ich mach ihn. Ich mach ihn. Ich mach ihn weg. Hier kann ich. Ich mach ihn. Ich mach ihn mal. Du kannst ja auch noch blicken, ne? Könnt ihr hier einen Wander so schnell ja irgendwie sehen? Ich hab einen Pumpschuss nur noch. Waren das alle? Unter dir? Oder? Waren das alle? Ich seh einen. Bei 165. Oder wer ist das hier? Ja. Oh. Hat der ihn wieder belebt? Mhm. Der halt den. Pass auf heilen. Oh mein Gott. Geiler Moment. Du hast auch gedodged, oder? Ja. Habe auf Versehen. Ich auch. Aber du rechts und ich links. Was geht hier? Einfach nur zur Hölle ab. What the fuck? Junge. Hab mich erschrocken, alter. Kommt der plötzlich. Oh. Wie schnell ist das bei dir, Junge? Ich fliege. Jo. Oha. 3D, Alter. Ich hör alles fliegt in dein Bildschirm. Ich kann wetten, die Granate ist in dein Zimmer reingeflogen. Durch Fernseher. Durch Fernseher und dann aus meinem Fan heraus. Andererseits. Schicht ist aus Play. Schwanzwitscher. Guck mal, der tanzt, alter. Der kommt, die kommt. Nein, nein, nein. Nein, gestickt. Ey, Kossi. Ja, jetzt wollen die. Jetzt wollen die. Ja, jetzt wollen die. Ja, jetzt wollen die zwar. Gesteckt! Hä, aber davor hat der keinen Schaden bekommen. Davor habe ich den auch schon gest... Was jetzt? Ey, der Sturm. Ja, der eine hat es doch geschafft irgendwie. Der ist vom Sturm gestorben. Der ist vom Sturm gestorben. Oh mein Gott, der Arme. Warte mal. Lass mal aufgeschränkt. Sollen wir die pushen, Jungs? Sollen wir die pushen? Ja, ja. Nein. Nein. Nein, ey. Ich komme. Ich gehe den Finischen. Ich habe abgebrochen von denen. Was, oder? Oh, ja. Du hattest den Typen. Was. Hattest du mir auf, oder? Wenn du dich nennen willst, dann, du hast. Die fährt mir ins der Typen. Ah, ha, ha, ha. Also, du bist das sehr cool. Du hast nehmt. Nicht eine Waffe, Junge. Doch. Oh, shit, Junge. Zu viel Aliko, guck jeden Tag. Nächte lang wachst du wie jeden Tag. Zu viel Gedanken wie jeden Tag. Am Späti mit Chabas wie jeden Tag. Der Griff in die Kassen wie jeden Tag. Bewaffnete Taschen wie jeden Tag. Die Fluffer dem Schatten wie jeden Tag.